gut wir gucken uns aber erst einmal hier noch in dem geschoss um gut wir können noch durch die tür durch da sind käfer drin gewesen gucken wir erst mal aber hier rein blutstein und etwas geld und ja ich sollte geld sagen weil gold ist ja nicht ganz richtig das bücher im dunklen gelandet hier sieht es definitiv noch größer aus als erwartet noch etwas geld plünderer hier okay ziemlich starke plünderer sogar jetzt wirklich starke plünderer falsche zauber du heil erst mal lieber edda und du den da was haben wir hier gesprächspartner der ruhelosen der wächter spricht direkt mit denen sehen seine oder ihrer feinde und erfüllt sie mit furcht davon was sie im rat erwartet okay okay der goldpakt ritter stürmt auf irgendwen zu das ist nicht so schön versucht erst bei dem goldpakt ritter los zu werden so du machst mal den und du könntest hier einfach mal alle umlaufen so das hilft schon mal das ist jetzt nicht so gut endlose fahre von otten ja davon habe ich schon gehört ob ich die jetzt machen möchte ist die andere sache ich glaube das ding hat 15 geschossen durch die ich mich nach und nach durch kämpfen könnte aber ob ich das so unbedingt jetzt schon will und ja das weiß ich aus den steam achievements und wenn wir uns erst mal um diese probleme hier drin und eine elfenbeinsch so ist jetzt noch das kleinkrieg und jetzt noch den da weg okay ein paar spinnenbeine zafis umhang der abwehr der ist vielleicht was für dich weil dann haben wir eigentlich schon umhänge nein abwehr werden steigern wir wahrscheinlich glaube ich schon durch den hier genau du hast den schutzumhagen genau wobei deine abwehr relativ niedrig ist deswegen erhöhen wir mal deine abwehr sicherheitshalber so aber da sind ja die safis sogar die xaurips xaurips heißen die kärchen der priester werde nervig werden schwere eisenschüssel der wird wahrscheinlich das tor die tür geöffnet eine schilderte energiewand versperrt diese tür wem vorhang der jegliches vorankommen interessant vielleicht weiß diese stimme oben auf dem thron mehr okay vielleicht wird ist das nämlich der weg weiter okay wieder eine spinne viele spinnen und genetzt nicht so schön oh sie haben einen ähm ähm priester umgehauen nicht so gut ich würde sagen ich schon toll finde ich mal einen nechelzauber zu haben so noch die spinne da müsste er ja glaube ich gleich wieder ausstehen sehr gut ein schwert und die riesen mistkäfer können wir die kurz umgehen ja können wir und dann kommen wir wahrscheinlich so rum wieder an denen vorbei so solltest du auch hinterher kommen genau waldkäfer hier scheint aber irgendwas da zu bewachen was habe ich da eine spinnenkönigin mach es tot egal was es kostet mach es so schnell wie möglich tot okay nein definitiv da kann ich noch nicht weitergehen die scheinen nämlich irgendeine giftaura zu haben bei meinen ganzen leuten ist nämlich die ausdauer so schnell runtergesackt dass das unmenschlich war gucken wir uns mal noch die waldkäfer hier an ach so der steinkäfer kann graben wirf einfach mal eine bombe rein und du mach mal dein verbot okay bist du jetzt im ziel ja auch ich kann jetzt gezählt werden da versuchst du mal deinen schatten teil wer hat nichts gebracht das hat schon eher reingehauen okay was ich auf jeden fall machen sollte notizen neue stellen geht geht nur keller spinnen königin danger so ja ja okay ich bin jetzt auf der anderen seite von hier oh heil spinnys ach so dass sie die spinnen von hier ja jetzt zieht euch mal zurück so so okay okay äh gut so gut du heil mal ihn du siehst hier nicht dann heil mal irgendwo hin du rufst gelette so du gehst mal ein stück weg und lässt die skelette kloppen so du kannst ihn mal heilen und du sagst das hier alles ein so die tür ist offen da drüben will ich noch nicht lang so das heißt die spinnen hier sind weg gut ich hoffe mal ihm reichen seine 300 noch die er hat aber ich habe eine gute idee ich log einfach ein paar banditen um die ecke mal sehen ob das klappt ich habe es schon mal geschafft einen von ihnen zu verwunden so so okay du mach jetzt noch das umwerfding du wirf noch mal eine bombe auf die du machst den hier jetzt versuchen wir irgendwie erstmal den goldpack weg zu kriegen der sieht nämlich böse aus okay einer von den unverletzten plünderern geht auf mich dafür ist da hinten schon einer von den fernkämpfern gefallen du halte ich mal selber du versuch mal zu vieren und du skelett unterstützung so du dein letzter zauber auf den oh der goldpack dritte ist schon weg hä dann versuchen wir den dann versuchen wir den verletzten da dann versuchen wir den verletzten da okay äh du hast noch zauber dann wirf den mal um okay du hast ja jedenfalls noch genug um den da niederzuschlagen du hast leider keine zauber mehr du wirf den mal um du beschäftige den mal da hinten mit wir müssen dringend gucken dass wir nächstes einen loswerden vor dem plünderern du hast nur noch einen zauber was können wir mit dem anstellen ähm am besten nochmal eine rüstung na komm jetzt töte den endlich bitte vor äther da war aber soweit ich weiß noch einer hat er sich zurück gezogen oder ist er gestorben nein der hatte sich nur zurück gezogen auch hinter denen ist wohl die treppe eingestürzt gut okay ich würde mal sagen ich stelle mich jetzt auf und speichere erstmal wieder für einen cut also spielstand speichern neuer spielstand und dann sehen wir uns gleich wieder auf auf